Papa Platte, du hast mit Hanno auch so einen kleinen Rauferei gehabt. Was war denn da los? Naja, der wollte hier die ganze Zeit immer... Also erstmal hat er uns vorher angelabert. Ansage. Ich kann jetzt hier nicht die Werbung geben, aber das ist ein Problem. Deine Perspektive. Also Team Rot wurde physisch. Team Rot wurde physisch. Ich habe so einen Bälle nach Abpfiff in unser Tor geworfen. Das geht gar nicht. Ich habe den Ref darauf aufmerksam gemacht. Jetzt reagiert. Da war er gerade dabei, mich aufzuhalten, irgendwas zu dem krummes Ding zu machen. Also wenn hier Pete Smith langsam nicht vorher einführen, dann gehe ich nach Köln in den Keller und trinke keinen Kölsch. Wir haben das nur gemacht, weil hier im Vorhinein Absprachen stattgefunden haben. Hey, lass mal alle bei Team Rot reinpacken. Ich habe gar nichts gemacht. Okay. Vor allem mit Kevin. Okay, also die beiden waren noch ein bisschen weiter.